Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge Pokémon GO. Ich bin Chaos Lady und worum geht es heute? Heute geht es erstmal darum, dass viele glauben, dass die dritte Generation kommt durch das neue Event. Darauf möchte ich etwas näher eingehen, so ein bisschen so auf die dritte Generation. Zuvor möchte ich nochmal erwähnen, falls es irgendjemand nicht aufgefallen ist, das Video vom Oberhausen in der Safari Zone ist einfach nur der Hammer. Anscheinend ist so großes Interesse an dieses Gameplay oder wie das Event gelaufen ist so groß gewesen, dass dieses Video über 4000 und eventuell wird es irgendwann noch 5000 Aufrufe erreichen. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass dieses Video schon 100 Daumen hoch bekommen hat. Das ist das allererste Mal, dass ich das erreicht habe und ich habe extra eine Benachrichtigung bekommen, dass ich dieses erreicht habe. Fand ich sehr interessant, nur leider kann ich mir davon immer noch kein Lolli kaufen. Nicht, dass ich hier das vollberuflich machen würde, doch ich würde es schon gerne machen, aber dafür springt hier ja nichts rein. So, jetzt muss ich gerade mal schauen, was sich da alles so ergeben hat. Zum Beispiel gibt es ja viele Zuschauer, die haben gesagt, das ist voll unfair, da kann ja nicht jeder hin, das ist so doof verteilt. Ihr wurdet ja erhört. Jetzt gibt es ja jetzt ein Event, also am Freitag geht ja das Sonnenwenden-Event los und ich finde, wir werden... Ich hoffe, wir werden viel, viel Spaß haben. Mal gucken, was sich da so noch ergibt. Natürlich, durch und durch das... Vielleicht auch durch das Safari-Event hat sich mein Kanal schon... Ist mein Kanal deutlich gewachsen. Was ich auch ziemlich gut finde. Das wurde auch mal Zeit, dass es ein bisschen wieder vorangeht. Es hing ja schon ein bisschen in den Knien, aber wir wollen doch lieber über Pokémon sprechen, glaube ich. Ja, wenn wir jeden... Ich befürchte, das hat, glaube ich, aber auch Schilling heute schon gesagt, äh, gestern, dass selbst wenn wir jede Arena beraten, haben wir nicht automatisch die Garantie, dass wir eine Einladung zum exklusiven Wait bekommen, weil sie es wahrscheinlich klein halten, damit nicht zu viele Leute bei einem New-to-Wait auftauchen. Zum Beispiel dadurch, dass jetzt die Einladungen so krass verteilt werden, kann es zum Beispiel sein, dass trotzdem an dem... In dem Moment, wo der Wait stattfindet, äh, trotzdem mehr Leute auftauchen als gewollt. Einfach nur, hey, du gehst da hin, nimmst mich mit, äh, ich möchte dabei sein, wenigstens dabei sein, auch wenn ich nicht selber spielen kann. Gut, es gibt noch ein paar Leute, die sagen, ey, geh mir bloß damit weg, ähm, ich bin nicht eingeladen worden, ich will davon nichts hören. Das, äh, ich denke mal, die zwei Seiten wird es auf jeden Fall geben. Ich würde mich tierisch drüber freuen, wenn irgendjemand Gameplay aufnehmen würde, mir das zur Verfügung stellen würde, dass, ähm, natürlich würde ich, natürlich, das ist Gameplay dann nicht als mein eigenes Verkaufen, das ist Quatsch. Natürlich, äh, wird derjenige, der es mir zur Verfügung stellt, auch dementsprechend, äh, verlinkt, erwähnt und dies, das. Also im Endeffekt kann man das fast schon als, als ein kleines Gewinnspiel, äh, sehen. Wenn, wenn ihr also einen exklusiven Wait Pass habt, schaut zu, dass ihr euch eine Aufnahme-App besorgt, dann das Gameplay an dem Zeitpunkt, wo der Mutuate es aufnimmt und dann, ähm, ihr das irgendwie zur Verfügung stellt. Entweder ihr ladet es selbst öffentlich auf YouTube hoch, was natürlich am besten wäre, weil dann kann man nämlich auch gleich sagen, hier ist der Kanal dazu. Wenn ihr noch gar keinen Kanal habt und auch gar keinen Kanal wollt, könnt ihr mir das Video auch anders zur Verfügung stellen, dann ladet ihr das Video einfach privat auf YouTube hoch, teilt mir den Link, ich lade es runter, ich aufbereite es und, ähm, hab natürlich dann vielleicht auch viele Fragen. Was auch immer, jetzt, eigentlich wollte ich da gar nicht so groß drauf eingehen, Was ist eigentlich der große Vorteil an exklusiven Waits? Das liegt einfach daran, ihr wisst 24 Stunden vorher, dass da ein Wait stattfindet. Viele werden, alle, die eingeladen worden sind, werden versuchen, dort hinzukommen. Also seid ihr auch rechtzeitig da. Ihr müsst nicht erst noch eine Suche starten, sondern es sind einfach die Leute da. Ihr lernt vielleicht ganz andere Leute kennen, die ihr sonst noch nie getroffen habt. Das ist vielleicht auch ganz toll. Einziger Nachteil, äh, ohne Wait Pass, kein Mewtwo. Aber ich denke, die werden es, wenn die Häufigkeit von Entei genauso häufig wird wie Mewtwo und dann vielleicht, ja, 50 Leute eingeladen werden oder sowas in der, ähm, ich denke mal, so wird sich das ungefähr bewegen. Das hat auch Schilling schon gesagt. Ähm, denke ich mal, sollte das eigentlich machbar sein. So, das war es jetzt erst noch mal zu den exklusiven Waits. Was, ähm, ja, viele glauben jetzt, durch das neue Event kommt die dritte Generation, weil es ja dreifache Erfahrungspunkte bei neuen Pokédex-Einträgen gibt und, ist das möglich? Kann Niantic eigentlich die Pokémon-Rufe ohne Update freischalten? Ich weiß es nicht. Aber das, deswegen bezweifle ich, dass es möglich ist. Ich weiß nicht. Also, im Endeffekt würde ich jetzt momentan sagen, das begünstigt, das Event begünstigt, Leute mit mehreren Accounts. Ähm, ich denke, das war aber nicht ihr Ziel. Das ist natürlich sehr schade, dass es, äh, dass es dann wieder so ausufert, dass dann irgendwelche Leute meinen, sie müssen mehrere Accounts anlegen. Nochmal zum Mitschreiben, es ist gegen die Spielregeln und wenn Niantic das rausfindet, dann werden die Accounts gespannt. Also, lasst es sein. So. Ähm, Was aber auch sein kann oder was das Ziel von Niantic sein könnte, wenn jetzt die dritte Generation nicht kommt, dann ist das einfach nur ein Ansporn für neue Spieler. Kennt ihr irgendjemand, der sagt, äh, wenn ich jetzt anfange, dann ist doch voll doof. Wer jetzt anfängt, also wer, ja, doch, wer jetzt, also nicht jetzt, wer jetzt, also am Freitag um 22 Uhr anfängt, macht am Anfang so dermaßen nur ein Sprung, weil es Pokédex-Einträge regnet. Ich denke mal, das ist eigentlich so der, das Hauptaugenmerk von diesem Event. wie könnte man es trotzdem ausnutzen, dass, ähm, dass es dreifache Erfahrungspunkte für einen neuen Pokédex-Eintrag gibt, obwohl man schon alle hat. Da sage ich nur 1. Oktober. 1. Oktober kommt, äh, geht Entei, und es kommt Entweder Raikou oder Suikune. Alle glauben Raikou kommt, von mir aus, an für sich, äh, wie gesagt, gegen Suikune habe ich, glaube ich, zig Konter, aber gegen Raikou nicht so viele, und da kommt mir das Event total entgegen, weil ich brauche Sternenstaub. So, also wenn, wenn am 1. Oktober einen legendären Raid macht, und ihr fangt das Pokémon auch noch, dann habt ihr einmal die Erfahrungspunkte vom legendären Raid, dann noch den neuen Pokédex-Eintrag, und wenn ihr danach noch eine Entwicklungssession reinhängt, würde ich sagen, dann habt ihr das Glücksei wirklich gut ausgenutzt. Ich hoffe zumindest, dass es nicht weniger ist, als wenn ihr eine halbe Stunde durchentwickelt. Das ist immer so meine Befürchtung, deswegen, ich benutze halt Glücksei nur in Verbindung mit Entwicklungssessions, und aktuell, da ich das so lange nicht mehr gemacht habe, passt mein Inventar auch gar nicht mehr dazu. Das liegt einfach daran, dass ich zum Beispiel 44 Taubsi-Bonbons habe. Ich habe in meinem Pokébeutel 200 Plätze. Wenn ich jetzt 200 Taubsis hätte, bräuchte ich, glaube ich, 2400 Bonbons. Das schaffe ich noch nicht mal, bis zum 1. Oktober, so viele Taubsi-Bonbons zu sammeln, vermute ich. Ja, das ist schon ein starkes Stück. Also, wie gesagt, und ich glaube auch, diese 200 Plätze sind nicht wirklich, nicht besonders gut, um eine Entwicklungssession machen zu können. Oder, was glaubt ihr? Habt, wie viel Platz habt ihr in eurem Pokébeutel, damit ihr Entwicklungssession überhaupt richtig durchführen könnt. Natürlich muss man auch die passenden Bonbons haben, aber die kommen ja eigentlich ganz gut zusammen. Gut, ich meine, das war jetzt so viel dazu, wie das mit dem Event dann so klappen könnte. Jetzt möchte ich noch zur dritten Generation noch was sagen. Die dritte Generation gibt uns unheimlich viele Entwicklungen mit zwei Stufen. Zwei Stufen bedeutet, Raupi ist keine Stufe, Safkorn ist die erste Stufe und Smetbo ist die zweite Stufe. Das ist eine Zwei-Stufen-Entwicklung. Das heißt, drei Pokémon, also am Ende habt ihr ein drittes Pokémon. Quasi. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. In der dritten Generation gibt es ganz schön viele Pokémon, die sich durch zwei Stufen entwickeln. Das ist dann eins Ich hätte das vielleicht vorher nochmal durchzählen sollen. Achso, die Starter, dann das sind dann drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf dreizehn vierzehn fünfzehn Es gibt fünfzehn Pokémon, die sich durch zwei Stufen entwickeln. Das ist echt heftig. Das gab es in den ersten zwei Generationen nicht so häufig, wenn ich das richtig weiß. Ich möchte jetzt noch ein bisschen drauf eingehen und dann sind wir auch gleich fertig. ich will das Video nicht zu lange machen. Also Baumpel zum Beispiel ist das Raupi aus der ersten Generation und dieses kann sich witzigerweise sogar in zwei unterschiedliche Pokémon entwickeln. Das wird sich ungefähr so abspielen wie bei Rabauts, dass bestimmte Werte hoch sein müssen und dann entwickelt sich es ins eine oder ins andere. Ähm, ja. Und ja, natürlich, die Starter hatte ich schon gesagt, dass es die dann gibt, dann Waumpel, dann Lothurzel, das Knuffenser aus der ersten Generation, aber nur sozusagen, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es wirklich eine Art Knuffenser ist. Es ist auf jeden Fall ein Pflanzen-Pokémon und es entwickelt sich durch zwei Stufen, deswegen habe ich Knuffenser erwähnt. Samurzel, Trassler, das Abra aus der ersten Generation, äh, Bummels, Flurmel, Azuril und Azuril ist natürlich nochmal was Besonderes, weil es einfach nur die Vorentwicklung von Meryl ist und deswegen hat dann, ähm, gibt es dann Azuril, Meryl und Azumeryl. Hört sich total komisch an, aber egal. Stolignor, Knacklion, Semops, Kindwurm und Tannhell. Das sind die Pokémon, die sich dann zweimal entwickeln, das sind die Pokémon, die wahrscheinlich, ähm, bei der ersten Entwicklung nur zwölf Bombungskosten und das heißt eventuell, ja, wir haben irgendwann richtig, richtig viele unterschiedliche Pokémon, die man zur Massenabfertigung, zur Massenentwicklung benutzen kann, heißt aber auch, dass wenn wir nach draußen gehen, vielleicht noch seltener ein Taubsi finden, ja, natürlich, es wäre natürlich schön, wenn sie Kramox mal ein bisschen, wenn Kramox wirklich selten wäre. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich bin jetzt fertig mit Quatschen, ihr könnt jetzt noch ganz genüsslich und in Ruhe das Fangen von diesem Endteil angucken, ich werde den Sound wieder hochdrehen und vergisst nicht, Daumen hoch ist wichtig, Kommentare sind genauso wichtig und teilen eigentlich auch, sofern euch das irgendwie möglich ist, ist das natürlich auch ganz fein und hoffen wir mal, dass wir bald 800 Abos schaffen, also dass ich bald 800 Abos schaffen, dann gibt es wieder ein kleines Special und zum Beispiel Livestream und je nachdem, vielleicht fällt mir auch was anderes ein, aber einen Livestream wird es auf jeden Fall bestimmt bald wieder geben, weil es kommt ein Event und ich denke, da ist definitiv ein Livestream fällig, ob 800 Abos oder nicht, also bis zum nächsten Mal und schaut zu, ob ich dieses Endteil fange. Ich will nicht wissen, wie oft ich einfach fabelhaft mit diesem Endteil geworfen habe und es wollte und wollte nicht mal zweimal wackeln. Echt ätzend.